Hast du einen Wein ausgesucht? Meistens ja. Oder nein. Mit dem Service zusammen. Die müssen ihn verkaufen. Die müssen ihn auch gerne haben. Und können dahinter stehen. Ja. Sie degustieren auch, bevor eine Entscheidung fällt. Ja. Meistens hier. Ein bisschen ruhig. Nebst den Servicezeiten. Wo wir mal ein paar Weinen probieren. Degustieren. Und dann sagen die und die kommen in Frage. Ja. Ein bisschen. Oder direkt beim Weinlieferant. Das haben wir auch schon gemacht. Ist ein bisschen aufwendiger. Bis wir alle dort sind. Und hier können wir sagen. Wenn wir 15 Minuten mal an die Leute haben. gehen wir sagen. Probieren wir mal. Ja. 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 Ja.